Was ist der Unterschied zwischen der Straße rechts, der Straße links und der Klinik in der Mitte? Das ist eigentlich fast nicht vorstellbar. Und totale Sauberkeit, klasse, futuristisch, modern, absolut gut. Freundliche Leute, lauter Models. Also es ist eine sehr umfassende Untersuchung. Ich habe eine Seuche in Deutschland nicht vergleichbar wirklich erlebt. Und ich habe zwei, drei Zahnärzte aufgesucht, um herauszufinden, was lasse ich wirklich machen, was ist notwendig. Und da gab es keine Alternative. Also das war hier echt klasse. Und das war hier echt klasse. Und da gab es nur mit zwei Zahnärzte aufgesucht, um herauszufinden. Vielen Dank.